In diesem Videotutorium geben wir Ihnen eine Einführung in das Thema Metadaten. Dabei erklären wir, was man unter Metadaten überhaupt versteht und warum Metadaten wichtig sind. Nehmen wir an, wir haben im Rahmen unserer Forschung Daten generiert, zum Beispiel Bilder oder Texte. Nun möchten wir unsere Daten in ein Repositorium veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung müssen wir bestimmte beschreibende Informationen zu unseren Forschungsdaten angeben. Welche Informationen das sind, hängt von den Vorgaben des entsprechenden Repositoriums ab. Zu den Pflichtangaben gehören in der Regel Informationen zum Titel, zum Autor, zum Jahr der Datenpublikation oder auch zum Format der Daten. Diese beschreibenden Informationen über die Daten werden als Metadaten bezeichnet. Mit Hilfe der veröffentlichten Metadaten ist es für den Nutzer leichter, unsere Forschungsdaten im Repositorium oder Bibliothekskatalog aufzufinden. Dank der Metadaten können Forschungsdaten nicht nur von Menschen, sondern auch von Maschinen verarbeitet werden. Dadurch können Datenbanken, Repositorien oder andere Plattformen untereinander Datensätze über Systemschnittstellen austauschen. Die Metadaten ermöglichen somit, dass die Forschungsdaten über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Ressourcen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies hat Vorteile, sowohl für Autoren der Daten als auch für deren Nutzer. Die Autoren machen auf diese Weise ihre wissenschaftlichen Ergebnisse sichtbar. Für die Nutzer wiederum können die vorhandenen Daten als Ausgangspunkt für neue Forschungsfragen dienen. Wenn Sie sich näher mit dem Thema der Metadaten, Ihrer Nutzung sowie Ihrer Generierung befassen möchten, können Sie die folgenden Videotutorien ansehen. Vielen Dank fürs Zuschauen!